Warum ist Asi so stark? Asi ist schon seit längerem stark, auch vor diesem Patch. Und jetzt mit den neuen Items ist er auch richtig gut. Plus, Alten, Nashos. Huge, Alter. Oh, den Kennen auch noch gemisst. Das ist ein Tiltabler. Oh. Bro, Asi ist schon ein geiler Champ, man. Oh, ich hab geimpft. Digga, man, wie Bro, ist Asi, Alter? Oh, mein Gott. Ich schätze, ich habe noch Fash mit mir. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein, ich brauche diesen scheiß Cannon. Wir haben den so krass gegappt, dass sein Tipi früher abkam. Was ist das? Das ist eine scheiß Tristana, Bro. Oh, mein Gott. Digga, diese scheiß... Ihr werdet gegappt von der Tristana mit Tipi? Was macht der Typ, Alter? Der ist nicht verlaufen? Ah, geil. Smite, Bro. Beste Rune. Beste Rune, Alter. Kill den. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist crazy, Alter. Warum ist jedes Game... Warum muss man jedes Game hustlen, Alter? Du drückst Tap, ne? Dein Top-Länder steht 7-1-7. Du selber gappst Enemy-Mit-Länder, nimmst Plates, tankst Ganks. Dein Jungler sollte auch eigentlich gewinnen, aber der spielt einfach bad. Aber dann drückst du Tap, Bro, und du siehst einfach neun Tode. Du machst, du fightest Harald, auf einmal siehst du ne Tristana, ne gefehlte Tristana, aber fünf Plates rein Tipi. Und dann stirbt die. Du spielst gegen sowas und denkst dir, wie kann er dein Bot-Name verlieren? Scheiße, auf Top-Tirad. Scheiße, man hat die Zeit, glaube ich, angefangen zu sehen. Oh, my bad, Alter. Oh, my bad. Oh, das ist my bad. Ah, ich hätte nicht für den Insect gehen sollen, der kann mich ulten. Das ist doch normal, Mann. Scheiße, was mach ich für ne Kacke, Alter. Ich bin so tilted, ich bin so tilted. Ich brauche Sonya's, guys. Sonya's richtig gutes Item hier, dieses Game. Ich bin soryingm. Ich bin so grandfather-zuh-zuh-zuhkig. When z کے e sh Stripe? Wenn du auto-zuh-zuh-zuh-zuh-zuh. Weil du protein teirus hastmetro super Bier clinical noted, ich bin Kontakt bei dir. Was habe ich dir jetzt angetan, Bro, dass du so auf mich drauf gehen musst? Bro, diese Tristana, die, einfach ein, das ist keine ADC, Bro, das ist, oh nein, no way, Auto, 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 I don't know, this is an Ashe, Iroh, Bro. Calm down, guys, you missed your fights, gewinnen, Bro, please. Okay, cool. Go Nash, go Nash, go Nash, Alter, hab keine Angst vor mir, Mann. Oh, der ist es. Digga, läuft einfach hoch, Bro. Was macht ihr für eine Scheiße, Alter? Ey, ihr seid zu dumm, ne? Nein, Mann, mein Son, das war scheiße. Was? Why can't you run? Boah, wie fu- Oh, wir haben alle echt verloren. Oh, ich hab meine E gewastet, Alter, ich war so blüßig. Okay, der Rang ist richtig. Okay, dein Rang ist rake. C, raus, C, raus. oh mein gott fein gott alter wir haben eine warung so gut dass ich tue so als würden wir nicht sehen ich weiß nicht was hier passiert alter nein mann ich wollte sonja's usen oh ich wollte sonja's usen my bad ich wollte die trappen ah i like das i like das ja ja scheiße bot i like das push mit push mit push mit push mit was das denn für einer oh du monster stirb alter tötet es bevor es eier legt ich weiß ich war gerade sonja's am usen alter diese arrows er hat mir nicht chasen dürfen scheiß haben verloren 20 sekunden warte mal warte noch kinder 8 sekunden geht auf die top 5 guckt da stehen was macht er nein man gibt den street in the south mann fight it woher pinkt er die ganze weg der macht mich aggressiv es gibt irgendeine die ganze weg genau hier bei diesem nash silas ist useless die sind alle useless aber auch alle useful das sind immer diese flipgames sind alle useless alle useful irgendwie können wir nicht siegen äh das so die könnten wir nicht einfach runter werden ohne minions ja 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 ich finde ich gar nichts ist ab Alter, fuck this game. Kill this, kill this Tentakelfress. Kill den, kill den, Alter. Was macht dein Team, Bro? Ey. Bruder, was geht hier ab, man? Was geht hier ab? Dieses Game ist so fucking Pisslow, Alter. Ey, mach den Nash, hilf doch. Push, go Milz, go Milz. I have TP. Alter, seid ihr nicht normal im Kopf? Was macht ihr da? Öh, öh. Tschüüüüü, die machen Trick 17, Alter. Take me back. I belong. Fuck you all, wir haben das Game gewonnen. Was war das für ein Game, Alter? Wir waren jetzt schon stark, man. Was labert ihr, Alter? Das war ein lockeres Warm-Up-Game, Guys. Plus 22, welcome to, welcome to Season 14. Ich fand das geil, wie die am Ende diesen Kinn mit runtergerannt sind auf Top. Die Season gefällt mir bisher sehr nice, die ganzen Änderungen. Nur hast du viele Trolls. Mal wieder. Ну, Ich warte mal, wie ich. Wenn ich mich zum Mal, und ich bin, mir geht es. Wenn ich mich um. Los geht's. Bescheid.